So, Kamera läuft. Yo, was geht ab, meine Freunde? Was geht? Was geht? Younes Jones hier wieder am Start. Freunde, ich entschuldige mich für die Abwesenheit. Zwei Wochen kam nichts. Es ist Sommerferien. Ich war im Urlaub. Ich habe viel Privates zu tun gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich meine Family, meine Community niemals im Stich lassen, solange ich gesund bin. Jedenfalls geht es in dem Video darum, dass sich die Familie und Freunde einfach manchmal Filme schieben, wenn das Akku mal leer ist und das Handy aus ist. Yo, stopp, Freunde. Ich will euch nicht vollquatschen, auch nicht so viel verraten. Gebt euch einfach mal das Video. Wir sehen uns nach dem Video, Freunde. Viel Spaß. Fuck, Akku leer. Scheiße. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie alles. So machst du halt so, du 31er, Alter. Warte ab, Junge. Von wegen, bester Freund, Mann. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte. Ja, yeah. Punning's on my bed. Textin' with the beer. Roses in my wallet and I'm flexin' it for real. Racks and racks and racks, I look like Rookie Yachty. Du kleines Arschloch. Willst du mit einer anderen? Warte ab, warte ab. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Hey, yo, probier mal den Shit, motherfucka. Probier mal den Shit, motherfucka. Gib dir, gib dir jetzt. Gib, gib, gib. Digga, gib dir den Shit, motherfucka. Und, es hat geil, es hat geil. Und, wie ist der Schof, Alter? Wie ist der? Der Shit ist dumm. Yeah, man. Ja, Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann Lass mich auf! Lass mich auf! Lass mich auf! Meine Fresse, meinen letzten Bus verpassen. Mein Akku ist leer, was soll ich nur machen? Bruder, was machst du da? Bruder, Bus verpasst! Ich komm nicht mehr nach Hause! Komm, ich nehm dich mit! Echt? Bester Mann, Bruder! Bester Mann! Nein, stopp, Alter! Mach mal kurz! Mach mal kurz! Ich bin grad... Ich war noch nicht fertig, Mann! Da geh ich! Ich mach so... Wie so ein Wasser an Gibi! Die Grenze ist so... Scheiße, Alter! Ich hab voll... Guck mal, alles hier auf dem Boden, ja? Bruder, aber wie hast du drauf getan? Ja, wunder... Ich glaub mit Takt... Ich glaub mit Takt langsam bei dir! Ich glaub mit Takt langsam bei dir! Und... Ich hab das in die Nase gezogen... Ich hab das in die Nase gezogen... Und wie ist das... Ich hab das in die Nase gezogen... Ich hab das in die Nase gezogen... Auf jeden Fall Hände weg von Drogen! Hände weg von Drogen! Und Waffe auch, ne? Ihr wisst Bescheid! Ha! Bruh! Ey, Freunde! Kennt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht? Eins dafür müsst ihr auf jeden Fall kennen! Immer einer muss sich Filme schieben! Immer einer muss auf Gedanken kommen! Auf jeden Fall, Freunde! Das ist Realität! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Hat mir wie immer für euch Mühe gegeben! Ihr kennt mich! Jedenfalls der Grund für meine Abwesenheit war auf jeden Fall, dass ich im Urlaub war! Jetzt kommt noch die Hochzeit für meinen Bruder! Ich muss jetzt in die Heimat wieder runterfliegen! Es ist gerade so ein bisschen alles duscheinander! Deswegen verzeiht mir die Abwesenheit, Freunde! Habt bitte Verständnis! Auf jeden Fall wird demnächst wieder einiges auf euch zukommen! Ich werd für euch wieder Gas geben! Für die Familie! Für die Community! Yeah, yeah, yeah! Ah! Ihr wisst Bescheid! Ihr wisst Bescheid! In dem Sinne, Freunde! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Gebt das Video einfach mal ne Bewertung! Daumen hoch oder runter! Wie auch immer! Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal! Euer Younes Jauf! Peace! Au! Au!